Okay. Der Tank wäre der Tank. Ähm, jetzt brauche ich einen größeren Tank für unten. Wo baue ich den hin? Könnt ihr eigentlich sagen, wenn alle da sind? Vier, fünf, sechs. Ähm, ich muss auch ne, naja gut, den Öltank den baue ich ja für nachher. Da muss ich mir noch was zusammenbauen, weil er soll ja sagen, bist du voll, bist du leer oder bist du, ähm, was habe ich noch geschrieben? Bist du halb gefüllt oder halb leer? Ja, halb voll, halb leer ist immer so ne komische Aussage, finde ich. Hier, hier ist es auch am Ruggeln, ne? Ruggeln. Aber das macht ja nichts. Jetzt kriegen wir alles hin. Okay, jetzt brauchen wir, jetzt können wir von da vorne, der ist schon, der ist ja am arbeiten, ne? Und das gute ist, Strom haben wir hier. Das heißt, wir können da auch mit hantieren. Äh, ich nehme den Hammer und die Rensch. Okay, muss ich auch die Axt nehmen. Äh, blau nach unten, okay. Dann frage ich mich, nehme ich noch einen da drüber? Komm, dann nehme ich die vielleicht noch mit. Derzeit kann er sich ja wieder vollfüllen. So. Ja, da wollte ich ein, ein Zusatzelement hier hinbauen. Das können wir glatt an die Wand bauen. Das hier. Blau nach unten. Denn, ich werde den nicht vollbauen, also nicht, dass er connectet. Oder connecten lassen. Also, mit Bildlich habe ich den nicht connecten lassen. Ich habe mir ja was aufgezeichnet. Ich lasse es einfach laufen hier, die Musik. Ich muss ein bisschen leiser. Bildlich habe ich es connectet, aber ich habe hier das Ding hier gemacht. Oder ich lasse ihn so connecten. Damit er einen Speicher für sich hat. Wir machen dann hier noch den Rest hier voll. So. Jetzt haben wir noch zwei übrig. Die könnten... Einmal noch einen Tag übrig? Ach ja, weil ich ja hier sowas angebaut habe. Aber die könnte ich ja nachher noch benutzen. Die baue ich später erst. Malerseits hatte ich noch die Tanks geplant. Eigentlich hier zu. Und dann mit dem Kabel, ähm, sozusagen, zwischen... Zwischenspeicher zu machen. Aber das können wir hier drüber ja machen. Okay, ähm... Ja, bauen wir wieder. Machen wir gleich Holz drüber. Damit ich das sozusagen sagen kann, okay, das habe ich weg. Und jeder Leitung legen kann. Ähm... Okay, Leitung müssen von unten. Müssen aber von oben in den rein. Das heißt, ich muss von hier... In den rein. In die ganzen vier. Das können wir jetzt als erstes machen. In der Conduit Pipes. In der Fluid Pipes. Das ist klar. Zwei, drei, vier, fünf. Okay. Die können wir sozusagen auch hier in den Boden rein, ne? Damit die halt nicht... Da nachher zusammenkommen. Hier ist es ja... Pipe egal. Oh, egal. Diese Witze, ne? Ich könnte mich der Mannschaft für selber hassen. Ich muss da mal rein. Du... 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 So... Die haben wir noch keine Funktion. hoch damit so eine wand drinnen ich glaube es fällt auch gar nicht auf wenn man die ich weiß es kann ja wenn die connecten hier sehen wir nachher wie jetzt nach aussieht okay das wollte ich nicht dafür nicht benutzen könnten aber eigentlich ja gut die können ja wieder hier hin das wäre dann eh was damit zauber nachkommen okay weil es kann passieren wenn die dinger voll sind weil ich ja sage ist klar du bist voll gebildet ihr nichts ab dann kommt nämlich seine funktion mit ins mit in und out dass er wieder zurückpumpen könnte das wollen wir nicht extrakt always active da brauchen wir keine funktion die das aufhüllt denn die kann permanent voll bleiben und sozusagen dann hier voll bleiben okay es reicht ein tank war ich jetzt schon das ist nur so eine füllstation wenn man sieht wenn wir hier vorne sind und erfüllt jetzt erstes er zweites die kommen alle durch sich warum der sich vor dem zweiten füllt ein bisschen komisch vielleicht kommt es gleich gleich der sich gefüllt hat der mit 20 jetzt kommt er weil er voll ist okay das wären sozusagen 1 2 3 4 5 genau das wären fünf die sich dann jetzt kommt es mit den ganzen anderen zusammenarbeiten werden dafür ich habe euch jetzt hat ihn kann man schon auf die uhr lang lang aufgenommen um machen wir das an ihr könnt ihr mal laufen lassen so auf wir warten noch ich könnte eigentlich sagen kommen bei 10.000 machen um ich könnte man unter geld reinbauen bei 10.000 schaltest an und bei 1000 höchstern wieder auf weil er hat er noch für sich hat er noch den trichter den dropper also dropper hopper und die kiste die müssen ja weiter gefüllt werden da sind ja auch noch einige drinnen ähm jetzt kommen die pipes äh wurden pipes ok davon habe ich noch welche ich brauche aber jetzt noch und transport pipe 1 2 3 ich brauche genau alle die hier sind das ist gut ähm jetzt müssen wir das noch herstellen haben wir davon noch was bz wieviel slime haben wir denn ok es geht kann auch nicht stemmen ich stelle mal einen steck her machen wir mal zwei drei ich werde vielleicht noch was anderes mitmachen ähm müssen wir eine slime farm haben oder man kann es auch aus ähm polen und polencluster herstellen damit wir damit arbeiten könnten aber ich glaube das reicht hier brauchen wir noch Puls und Gates genau die pulsierenden Gates jetzt brauchen wir noch Iron Gates und keine ahnung was wir dann nehmen habe ich den pulsierenden Gates schon gemacht also äh Puls da aber wie krieg ich die da brechende Basics Iron Emerald Quartz oder Diamant End keine Ahnung wie das funktionieren soll ich glaube das funktioniert wie die wie die anderen auch ich jetzt hier die Pipes reinnehme hier seht ihr da habe ich jetzt ein paar hergestellt worden ich glaube wenn ich die mit denen auch kombiniere funktioniert das gleiche ich denke fertig sein sind fertig ok geht nicht hm ich brauche an die ich muss halt die pulsierenden Pipes kriegen Pipes naja Chipset na das sind die Chipsets ähm pulsierenden basic aber wie das weiß ich ja also wie komme ich denn an die ran muss ich da jetzt dann machen jetzt dann einmal in Bauer das ist natürlich jetzt hart äh ich habe glaube ich noch so eine andere table ne das ist der advanced table was ist mir der denn hier ok das ist kein Problem das habe ich glaube ich noch anders das ist Silikon na das sind die Pipes ich mach dir auch nichts schau mal was kann der hier her plus was keine Rezeptfunktion pulsierenden pulsierenden hier sagt er hier gar nichts Das war's.